Hier unser neues Highlight in der EPC Serie der T91. Das ist ein 9 Zoll Netbook, ein 9 Zoll EPC und das Besondere an dem Gerät ist, dass ich hier eine Touch-Oberfläche habe. Das heißt, ich kann tatsächlich per Touch die entsprechenden Funktionen starten. Ich habe neben der Windows XP-Oberfläche noch einen weiteren Mode, dass ich hier ganz easy verschiedene Icons nutzen kann. Das heißt, über diese verschiedenen Icons ist das fast selbsterklärend und wie beim EPC früher auch schon, kinderleicht zu bedienen. Also auch für den PC-unerfahrene Nutzer ganz, ganz einfach, dass wir hier einmal nur demonstriert, dass wir hier die Touch-Funktionalität entsprechend integriert haben. Und das Ganze kann ich nicht nur in diesem Mode, wie es herkömmlich üblich ist. Ich kann das Gerät auch umdrehen, ich kann es klappen und habe dann im Prinzip hier einen Tablet-PC. Die Tastatur kann ich ersetzen durch die Touch-Oberfläche. Ich brauche sie in dem Sinne dann gar nicht mehr. Und ich habe wirklich eine Touch-Oberfläche als Tablet-PC. Das Interessante bei dem Gerät ist letztlich noch, dass wir verschiedene Optionen zukünftig haben werden. Wir werden ein 3G-UMTS-Modul einbinden. Darüber hinaus können wir eine GPS-Funktionalität anbieten. Und last but not least auch einen TV-Zuner. Das heißt, ich bin überall mobil im Internet und kann auch überall Fernseherstellen. Ja, das als mobile Ergänzung der E-Family, der E-PCs.